Faszination und Neugier auf Technik Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in vielen technischen Fachbereichen schon bei der Planung Ihrer Labore. Ihr neues Equipment fertigen wir individuell für Sie in Deutschland an. Vor dem Versand durchlaufen Ihre Labore eine intensive Qualitätsprüfung. Die Systeme installieren wir bei Ihnen vor Ort und nehmen die Labore gemeinsam mit Ihnen in Betrieb. Unsere Trainer sind rund um die ganze Welt im Einsatz und zeigen Ihnen, wie Sie mit den Systemen die Neugier auf Technik wecken. So bleibt am Ende keine Frage offen und kein System ungenutzt. Gestalten Sie ein Labor, das begeistert. Und halten Sie Faszination und Neugier auf Technik lebendig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.intro.de 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 Vielen Dank.